Ich wurde um eine kleine Wortspende gebeten und die gebe ich zu so einem Thema natürlich sehr gern, weil das Thema unmittelbar auch mit meiner Identität zu tun hat. Mein Papa kommt aus China, meine Mama aus Österreich und es war eigentlich seit eh und je schon irgendwie vielleicht meine Aufgabe, das Verbindende aus zwei so unterschiedlichen Kulturen herauszufinden, weil das bin eben dann ich und ich glaube, das ist auch das, was uns vielleicht momentan ein bisschen fehlt, wer ist besser, wer ist schlechter, welche Religion, überall wird differenziert, verglichen dann und das schafft nur Abstand, aber ich glaube, es bräuchte viel mehr so Fokus auf die Elemente, die uns verbinden, was brauchen wir alle gemeinsam. Jeder braucht ein Umfeld, jeder will sich sicher fühlen, jeder will sich ernst genommen fühlen, jeder will sich selbst auch ernst nehmen dürfen und gleichzeitig auch drüber lachen dürfen und Verbindung suchen und nicht Mauern bauen, weil wenn wir uns alle drauf fokussieren, wie viele Verbindungen eigentlich zwischen uns sind, dann kommen wir ganz schnell darauf, dass es viel mehr Einigkeit als Differenzen gibt und momentan wird das alles so dargestellt, wir wären halt irgendwie alle überhaupt komplett nicht gleich und ja, macht das Leben nicht leichter und das bisschen Zeit, was wir auf dieser Welt haben, könnte man echt ein bisschen miteinander feiern.